Hier das die Sicht auf Friedeburg. Kleines Nest. Wir kommen durch den Wald aus Richtung, wie heißt das noch? Schmilau, ja genau. Guck mal hier diese Bimmelbahn rechts und links. Da kann man mit so einem Hubwagen fahren, muss man ganz schön herumziehen an dem Hebel da. Hier rechts noch ein Haus. Das hier Friedeburg am 26.07.2012. Pferde haben sie. Hier, was ist das denn? Müll, Pappkartons. Der Raps steht noch. Noch nicht geerntet. Vorab denn das Visentgehege oder so. Würfel praktisch. Die heißen bloß anders. Irgendwie heißen sie hier Visente. Warum das so ist, weiß ich nicht. Hier das wohl irgendwie noch Rocken. Linke Seite Rocken sieht so aus. Ziemlich lange Halme haben sie nicht kurz gespritzt. Sollte man machen. Hier ist ein Reitweg. Die Viecher scheinen nicht da zu sein. Das hier Friedeburg. Boah. Hier geht es zur Bundesstraße 207. Die ist da vorne. Guck mal. Ja, guck mal. Hier hat alles voller, voller Solaranlagen gekloppt. Da auf unsere Kosten. Restaurant, Hotel, Friedengrub ist das hier. Hier muss man aufpassen. Hier fahren sie so schnell. Und da wieder nochmal raus. Jetzt. Ja. Das ist hier das Problem. Durchgangsverkehr. Friedeburg. Ja. Wir sagen dann Tschüss. Das war's denn. Aus Friedeburg.